Ihr habt euch über Bitcoin informiert, ihr habt die Vorteile und auch die Eigenschaften erkannt und sagt jetzt, okay, jetzt möchte ich einfach mal Bitcoin kaufen. Das klingt auf den ersten Blick so einfach, aber das Problem ist, auch hier gibt es unzählige Optionen, man muss Dinge beachten und man kann natürlich leider auch Fehler machen, die man am Ende natürlich wahrscheinlich bereuen könnte. Und deswegen habe ich euch einmal fünf Tipps zusammengestellt, die ihr beachten könnt, wenn ihr eure ersten Bitcoin kaufen möchtet. Hi, ich bin Jonas und gemeinsam mit Manuel betreibe ich seit mehreren Jahren schon den Bitcoin-Verstehen-Podcast, in dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin wirklich einfacher und verständlich näher zu bringen. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, worauf ihr achten könnt, wenn ihr das erste Mal denn Bitcoin kaufen möchtet. Fangen wir dann direkt an mit dem ersten Punkt, denn welche Plattform gibt es bzw. wo kaufe ich denn überhaupt Bitcoin? Und hier gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber am Ende ist es meistens wie bei einer Aktie. Ihr meldet euch bei einer Plattform oder einem Dienstleister an und da könnt ihr eben eure Bitcoin kaufen. Und das Ganze passiert natürlich im Internet, denn das ist der einfachste Weg, um eure Euro zum Beispiel in Bitcoin umzutauschen. Und hier gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Die bekannteste und wahrscheinlich auch am häufig genutzteste Variante sind sogenannte große zentrale Plattformen. Auf diesen könnt ihr dann eure Bitcoin kaufen, aber auch verkaufen und natürlich auch meistens andere Kryptowährungen, auch wenn wir uns in diesem Fall natürlich auf Bitcoin fokussieren. Und bei diesen müsst ihr euch dann ganz einfach meistens registrieren. Das Ganze passiert eben mit eurem Personalausweis. Ihr müsst weitere Daten angeben. Das kennt ihr ja meistens auch schon, wenn ihr zum Beispiel ein Girokonto anlegt bei eurer Bank oder eben ein Aktiendepot anlegt bei einem anderen Broker zum Beispiel. Das läuft genau gleich ab. Ihr habt dann einen Account und ein Konto. Und anschließend überweist ihr dann einen Eurobetrag von eurem Bankkonto auf das Konto dieser Plattform. Und dann könnt ihr eben mit diesem Geld Bitcoin ganz einfach kaufen. Und so funktioniert das Ganze. Am Ende ist es meistens auch so, dass diese Plattform für euch die Bitcoin aufbewahrt. Wobei an diesem Punkt, da kommen wir gleich nachher noch dazu, ob das denn gut oder schlecht ist und warum das ein Risiko sein könnte. Und die Gebühren beim Kauf bei diesen Plattformen sind meistens sehr gering. Das ist ein großer Vorteil, wenn ihr auf die Gebühren achten möchtet. Denn diese liegen in diesem Fall meistens bei 0, noch etwas. Also sind wirklich sehr, sehr gering. Beispiele für diese Art der Plattformen sind unter anderem Coinbase und Binance. Das ist eine der größten Plattformen im Bitcoin- und Kryptobereich in diesem Segment. Oder ihr könnt auch von der Stuttgarter Börse die sogenannte Bison-App kennen. Die ist wirklich von der Stuttgarter Börse herausgegeben. Die ist auch in Deutschland angesiedelt. Oder in Österreich gibt es eine ganz, ganz große Plattform namens Bitpanda. Und die sind aber alle relativ ähnlich aufgebaut. Und insgesamt läuft das Ganze wirklich sehr einfach ab. Das ist auch wirklich für Einsteiger sehr geeignet. Insbesondere dann auch, wenn ihr zum Beispiel schon mal Aktien gekauft habt in einem anderen Depot, weil der Verlauf beziehungsweise die Anmeldung, Registrierung und der ganze Prozess sich ziemlich ähnelt. Die zweite Variante ist nun die Variante, die wir persönlich bevorzugen und nun auch in unserem Podcast immer wieder empfehlen. Denn dabei handelt es sich um Anbieter, die sich ausschließlich auf Bitcoin fokussieren und insbesondere auch zum Beispiel auf die sichere Aufbewahrung eurer Bitcoin. Denn dabei handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die erst in den letzten Jahren entstanden sind, so mit dem ersten Hype von Bitcoin die letzten vier, fünf Jahre und sind deswegen noch nicht so ganz groß gewachsen. Meistens bestehen sie aus einem kleineren Team, aber fokussieren sich dabei eben auf diesen Bitcoin-Ethos, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Hierbei gibt es Anbieter, die einerseits eine Art App anbieten. Das heißt, ihr könnt da eure Bitcoin kaufen. Oder es gibt natürlich auch Anbieter, bei denen ihr das Ganze im Internetbrowser machen könnt, ganz normal. Und ein weiterer Vorteil dabei ist, dass diese meist eine eigene Wallet für euch bereitstellen, sodass ihr direkt eure Bitcoin, wenn ihr sie gekauft habt, auf dieses Wallet transferieren könnt beziehungsweise eure Käufe direkt auf diese Wallet transferiert wird. Entweder ist diese Wallet direkt in diese App integriert, das heißt, ihr braucht gar keine extra externe Wallet oder es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr eine externe Wallet, beispielsweise wenn ihr schon eine Hard Wallet besitzt, dass ihr da eure Bitcoin direkt drauf zuschicken könnt beziehungsweise dahin transferieren könnt, sodass nur ihr den Zugriff darauf habt und ihr euch gar nicht irgendwie darum kümmern müsst, dass irgendjemand anderes die Kontrolle über eure Bitcoin besitzen könnte. Auf der anderen Seite haben diese Anbieter im Gegensatz zu diesen großen Plattformen, wie ich sie gerade im ersten Punkt genannt hatte, natürlich weniger Funktionen. Das heißt, man kann meistens einen Sparplan anlegen, man kann Einmalkäufe durchführen, aber jetzt für dieses klassische Traden, also schnelleres, aktives Handeln, Kaufen und Verkaufen von Bitcoin, wie ihr es vielleicht schon von Aktien kennen könntet, gibt es dort aber nicht. Und zudem sind die Gebühren dort meist etwas höher, das heißt, sie beginnen da meistens bei einem Prozent. Das heißt also, wer da ein wenig mehr den Fokus drauf legen möchte, sind diese Anbieter beziehungsweise diese Plattformen für den Bereich etwas weniger geeignet, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, das, was sie eben machen, machen sie verdammt gut. Und deswegen ist es aus unserer Sicht, insbesondere auch mit dem Hinblick auf die Fokussierung auf die Aufbewahrung, wirklich eine Alternative, die man betrachten sollte. Zu diesen Anbietern kann man unter anderem Pocket Bitcoin und Relay aus der Schweiz zählen, aber auch Coinfinity oder 21 Bitcoin aus Österreich. Und teilweise gibt es hier die Möglichkeit, dass ihr derzeit noch ohne Verifizierung eure Bitcoin kaufen könnt, vor allem in der Schweiz, weil es da noch eine Regulierung gab, wo das möglich war. Aber auch das Ganze wird dann 2025 hinfällig werden, weil es dort eine neue Regulatorik in der EU gibt, sodass ihr auch hier bei diesen Anbietern auf jeden Fall eine Verifizierung mit eurem Ausweis durchführen müsst. Weitere Informationen zu diesen Anbietern haben wir euch natürlich unten nochmal verlinkt, weil wir mit einigen diesen Geschäftsführern und auch mit den Entwicklern von diesen Plattformen gesprochen haben, die da uns wirklich genaue Einblicke gegeben haben, wie das Ganze bei ihnen im Hintergrund funktioniert. Und als letzte Möglichkeit gibt es natürlich immer noch die Variante, und das ist das Schöne über Bitcoin, dass ihr Bitcoin direkt von einer anderen Person kauft. Diese Person natürlich im realen Leben zu finden, auf dem Marktplatz oder irgendwo auf der Straße, ist natürlich verdammt schwierig. Und daher gibt es auch hierfür Plattformen im Internet, die eben Menschen zusammenbringen, also in diesem Fall Käufer und Verkäufer. Anschließend überweist dann nämlich der Käufer in diesem Fall, also ihr zum Beispiel, den Eurobetrag an den Verkäufer. Und der Verkäufer, wenn das Geld angekommen ist, also wenn der Zahlungseingang auf seinem Konto bestätigt wurde, kann dann eben eure Bitcoin oder den Bitcoinbetrag an euch weitersenden. Und so ist das Ganze abgewickelt. Das ist natürlich so, dass dann die Plattform eben nur als eine Art Vermittler dient und hat an sich mit dem Kauf und Verkauf überhaupt nichts zu tun, sondern die Abwicklung geschieht wirklich nur zwischen den beiden Transaktionspartnern. Und diese Plattform nennt man auch Peer-to-Peer-Plattform, weil eben zwei Personen miteinander interagieren, ohne eben diese dritte Plattform dazwischen zu haben. Ein Vorteil ist natürlich, dass ihr nicht mit dieser Plattform interagiert. Darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen, warum das interessant sein könnte. Der andere Nachteil ist aber, dass das Ganze meistens etwas umständlicher ist und wahrscheinlich nicht so für Einsteiger gedacht ist und insbesondere die Gebühren sind hier wesentlich höher, da auch die Privatsphäre eben etwas höher ist. Aber wie gesagt, da komme ich später nochmal dazu. Und ihr müsst euch da meistens eben nicht verifizieren, was natürlich wiederum ein Vorteil sein könnte. Anbieter hierfür wären zum Beispiel RoboSatz, Bisk, Peach oder HODL-HODL. Aber auch hier die einzelnen Webseiten habe ich euch nochmal verlinkt. Kommen wir nun zu Punkt 2. Eine der wichtigsten Eigenschaften Bitcoins ist ja, wenn ihr euch mit Bitcoin schon mal beschäftigt habt, dass ihr eure Bitcoin eben selbst halten könnt, sodass nur ihr den Zugriff darauf besitzt und niemand anderes. Dadurch müsst ihr zum einen keiner anderen Plattform vertrauen, als auch keinem anderen Dienstleister, dass diese eben sicher mit eurem Bitcoin umgehen, dass die die irgendwie nicht verschlampen. Und natürlich auch auf der anderen Seite könnt ihr dadurch sicher gehen, dass ihr wirklich auch Bitcoin gekauft habt. Denn es gibt leider immer noch Plattformen, bei denen ihr Bitcoin kaufen könnt, diese aber nicht auf eure externe Wallet übertragen könnt. Das heißt, ihr habt die Bitcoin gekauft, die werden bei euch angezeigt in eurem Wallet, beispielsweise jetzt, ihr habt 0,1 Bitcoin gekauft und das steht jetzt auch dran angezeigt, okay, Jonas gehören 0,1 Bitcoin, die hat er jetzt gestern gekauft. Aber das Problem dabei ist jetzt nämlich, weiß ich denn jetzt persönlich, ob diese Plattform überhaupt die Bitcoin besitzt oder ob das Ganze einfach nur eine Zahl ist. Und hier ist natürlich das schöne Beispiel, das wäre das Gleiche, wie wenn ihr zu eurem Goldhändler gehen würdet. Ihr sagt, ich hätte gerne eine Goldmünze und der Goldhändler sagt, alles klar, hier hast du den Beleg, dass du sie gekauft hast, aber ihr selbst habt diese Goldmünze nie gesehen und ihr habt die auch nicht die Möglichkeit, sie mitzunehmen. Und das ist natürlich auch die Frage, hat dieser Goldhändler überhaupt dieses Gold im Lager oder verkauft er überhaupt auch so viel Gold, wie er überhaupt hat oder verkauft er sogar noch mehr Gold, als er überhaupt eine Reserve im Lager besitzt. Und das wäre natürlich nicht gut, weil wenn dann alle Personen, die dort bei ihm Gold gekauft haben, natürlich kommen würden und sagen, hey, zeig mir bitte mal dein Gold, dann wäre natürlich das Ganze nicht möglich und er würde natürlich in Probleme kommen. Und das wollen wir verhindern und das ist bei Bitcoin eben möglich, weil wir unsere Bitcoin bei uns selbst auf einer Wallet halten können. Und daher ist es so wichtig, dass ihr darauf achtet, dass euch diese Plattform, wo ihr eure Bitcoin kauft, eben die Möglichkeit gibt, dass ihr von eurem Online-Konto, also da, wo es angezeigt wird, eine Bitcoin-Transaktion auf euer eigenes Wallet, beispielsweise auf euer Handy oder auf eine Hardware-Wallet, schicken könnt. Deshalb ist es hier meine Empfehlung, dass ihr auf diese bekannten großen Plattformen setzt, bei denen das auf jeden Fall möglich ist, also zum Beispiel Binance, Coinbase, Kraken etc. Da gibt es noch viele mehr. Wie gesagt, auch die werde ich euch verlinken. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, das kann ja auch sein, dass ihr zum Beispiel etwas Neues gefunden habt oder nicht ganz wisst, ist es jetzt richtig, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall in die Sektion der häufigen Fragen schaut bei diesen Plattformen. Dort steht dann meistens dran, beispielsweise eine Frage, kann ich meine Bitcoin auf ein externes Wallet schicken? Und bei den Anbietern, bei denen es nicht möglich ist, die schreiben dann auch explizit, nein, es ist nicht möglich, die Bitcoin auf eine andere Wallet zu transferieren. Und das sollte schon direkt bei euch die Alarmglocken angehen lassen. Denn das bedeutet, es ist wahrscheinlich nicht für euch nachweisbar, ob diese Bitcoin überhaupt existieren oder ob ihr einfach nur eine Zahl da auf dem Konto habt und irgendwie im Hintergrund da die Bitcoin eben mit dem Preis angepasst werden beziehungsweise die Preisentwicklung nachverfolgt wird, aber ihr an sich jetzt keine wirklichen Bitcoin besitzt. Und das ist ja das Schöne und das Wichtige bei Bitcoin. Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt. Das heißt, ihr wollt ja auch wirklich diesen einen Anteil von dieser Gesamtmenge haben und nicht nur irgendwie ein Papier, wo etwas draufsteht. Und bei Bitcoin gibt es ja eben diese Möglichkeit, das zu machen. Und deswegen kann man es eben nur empfehlen, dass ihr das auch so durchführt. Und wenn ihr dann nicht sicher seid und wenn das nicht möglich ist, auf diesen Plattformen das zu tun, dann würde ich aus meiner Sicht auf jeden Fall die Finger von dieser Plattform lassen. Und noch ein ganz kurzer kleiner Hinweis am Rande. In unserem Newsletter senden wir euch nämlich jeden Montag fünf interessante Medien rund um Bitcoin in euer Postfach. Unter anderem auch interessante Podcast-Episoden, spannende Artikel oder auch hilfreiche Webseiten rund um Bitcoin, die wir bei unserer Recherche zu unserem Podcast natürlich wöchentlich finden. Und wenn ihr euch dafür anmelden möchtet, findet ihr alle Informationen unter www.bitcoinverstehen.info slash Newsletter. Passend zum Vorjährigen schließt sich auch unser dritter Punkt an, nämlich, dass gewisse Risiken durch diese zentralen Plattformen entstehen können. Denn diese Plattformen bieten euch an, dass ihr ja eure gekauften Bitcoin, auch beziehungsweise besser gesagt eure Satoshis, wenn ihr nicht ganz so Bitcoin natürlich kaufen möchtet, diese bei sich aufbewahren lassen. Und natürlich könnt ihr sie bei den meisten Plattformen auch jederzeit transferieren. Doch das Problem dabei ist, dass wenn ihr eure Bitcoin dort aufbewahrt, ist, dass ihr immer darauf vertraut, dass ihr euch mit eurem Benutzernamen und eurem Passwort dort registrieren beziehungsweise anmelden könnt und dann auch auf eure Bitcoin zugreifen könnt. Und hier gebt ihr also die Kontrolle über euer Guthaben ab und habt am Ende nur eine Art Anspruch oder eine Art Vertrauensanspruch darauf, dass diese Plattform die Bitcoin hält und ihr auch immer wieder darauf zugreifen könnt. Das heißt also, ihr habt hier nochmal so eine Art Barriere zwischen euch und eurem Bitcoin. Und das ist halt die Frage, ob ihr das wirklich haben möchtet. Hier entstehen insbesondere zwei Risiken. Erstens gab es leider in der kurzen Geschichte Bitcoins schon viele Fälle, in denen die Plattformen geschlossen wurden, zum Beispiel aber auch von außen von Kriminellen angegriffen wurden und die Bitcoin entwendet wurden oder die Plattformen eben die Bitcoin ihrer Nutzer einfach anderweitig verliehen haben und am Ende diese nicht mehr zurückzahlen konnten, wenn die Nutzer eben die Bitcoin transferiert haben möchten oder eben zurückkaufen wollten. Und diese Risiken sind leider vorhanden und ich möchte da jetzt nicht sagen, dass diese Gefahr jetzt bei allen Plattformen bestehen. Insbesondere bei den großen Plattformen, die jetzt wirklich auch in der EU sehr gut reguliert sind. Die haben sehr strenge Richtlinien, die sie verfolgen müssen. Aber am Ende bestehen diese Risiken aber immerhin weiter. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ihr auf diesen Plattformen nicht kaufen sollt. Das ist alles kein Problem, weil die wirklich auch sehr gut sind. Die Funktionen sind sehr gut. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, seid euch diesem Risiko bewusst, dass eben das passieren kann. Und das solltet ihr auch im Hinterkopf haben, wenn ihr euch entscheidet, auf welcher Plattform ihr eben eure Bitcoin kaufen möchtet. Außerdem ist es ja so, dass ihr durch diese hohe Regulatorik euch natürlich verifizieren müsst mit eurem Ausweis, mit euren Daten. Und diese Daten werden von diesen Plattformen natürlich angefordert, damit ihr überhaupt Zugriff auf euer Konto bekommt. Und wenn da Daten fehlen sollten oder am Ende irgendwie Probleme ergeben könnten, gibt es schon Fälle, dass der Zugriff auf euer Konto gesperrt wird, bis ihr eben diese Daten der Plattform nachgeliefert habt. Ich habe da ein kleines Erlebnis gehabt mit einem eben eigenen Arbeitskollegen, dem ich auch erklärt hatte oder mit dem ich besser gesagt über Bitcoin gesprochen hatte und der mir gesagt hat, ja, ich habe schon auf einer größeren, bekannten, zentralen Bitcoin-Plattform Bitcoin gekauft und einen Tag später fragte er mich, hey, ich kann nicht mehr auf meine Bitcoin zugreifen. Weil eben die Plattform gemeint hatte, die Ausweisdaten, die er zu Beginn bei der Registrierung angelegt hatte beziehungsweise hinterlegt hatte, waren nicht mehr aktuell. Das heißt, sie haben gefordert, solange du uns diese Daten nicht gibst, eine Personalausweiskopie und weitere persönliche Daten, haben wir dein Konto in Anführungszeichen gesperrt. Das heißt, du kannst nicht auf dein Bitcoin-Guthaben zugreifen. Und er saß natürlich vor dem Computer. Ich weiß nicht, wie viele Bitcoine er damals auf dem Guthaben hatte, aber er konnte eben nicht darauf zugreifen. Er konnte das Ganze nach ein paar Tagen lösen, weil er eben dann im Austausch mit der Plattform stand. Aber in der Zwischenzeit, das war sicherlich eine Woche, hatte er eben keinen Zugriff auf seine Bitcoin. Und das ist natürlich etwas, was wir unbedingt vermeiden wollen, weil wenn ich schon etwas für mich kaufe, dann sollte es auch etwas von mir sein, worauf nur ich den Zugriff habe. Und wie gesagt, bei Bitcoin ist das eben sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach möglich, wenn ich eben die Bitcoin auf einer Wallet habe, die ich nur kontrolliere, worauf ich nur den Zugriff besitze. Und daher meine Empfehlung, setzt euch wirklich damit auseinander, dass ihr eure Bitcoin wirklich auf einem Wallet haltet, auf das nur ihr den Zugriff habt. Das ist wirklich nicht schwer. Wir haben hier hilfreiche Tipps und weitere Episoden und auch Videos unten verlinkt, sodass ihr da auch das wirklich durchgehen könnt. Wie gesagt, ihr müsst es nicht tun, aber es ist wirklich eine Empfehlung, da sich mit zu beschäftigen. Vierten Punkt möchte ich den Datenschutz beziehungsweise die Privatsphäre erwähnen. Beim Kauf eurer Bitcoin werdet ihr ja Datenpreis geben müssen, wie gesagt, bei den Plattformen, bei denen ihr eine Verifizierung durchführen müsst mit eurem Ausweis. Da gebt ihr natürlich diese Daten ab und diese Plattform muss ja auch diese Daten zentral für euch speichern beziehungsweise auch eben für die Behörden speichern, weil das eben eine Vorgabe ist. Und leider wird auch bei der Nutzung von anderen Plattformen beziehungsweise Apps, wie gesagt, die sich auf Bitcoin fokussiert haben aus der Schweiz, eben es nicht mehr möglich sein, das Ganze ohne Verifizierung durchzuführen. Das heißt, ab nächstem Jahr spätestens ist es so, dass ihr immer eine Verifizierung durchführen müsst, wenn ihr Bitcoin kaufen wollt. Seid euch also deswegen bewusst, dass die Plattformen wissen, wer ihr seid und wie viele Bitcoin ihr auch gekauft habt. Und die Gefahr besteht dann darin, dass die Plattformen wirklich ein großes Register ihrer Kunden aufbauen können. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Banken und die anderen Dienstleister, bei denen ich Aktien kaufe und ähnliche Sachen, haben ja auch schon so einen Datenpool. Und das ist natürlich richtig. Aber bei Bitcoin kommt eben noch eine Besonderheit dazu. Denn im Gegensatz zu dem, was die Medien immer so ein bisschen schreiben, ist das Bitcoin-Netzwerk wirklich sehr transparent. Man kann jede einzelne Transaktion nachverfolgen und vor allem auch nachverfolgen bis hin zum Kaufzeitpunkt. Das heißt, man könnte hier in diesem Fall eure Bitcoin, die ihr auf eurem Konto habt, zum Beispiel auf eurem Wallet, zurückverfolgen an den Punkt, wo ihr sie gekauft habt. Und wenn jemand den Zugriff auf diese Daten der Plattform erhält, kann er eben diese Verknüpfung herstellen und dadurch eben euren Namen, eure Daten mit eurer Bitcoin-Transaktion verknüpfen. Das wird sich leider wahrscheinlich nicht so einfach verhindern lassen. Natürlich gibt es ja auch Möglichkeiten, aber am Anfang ist es natürlich einfach so ein Punkt, den man sich bewusst machen muss, dass eben Bitcoin nicht anonym ist und man natürlich einfach auch Datenpreis gibt, wenn man Bitcoin kauft auf diesen Plattformen, wenn man sich registriert. Eine weitere Variante, bei dem ich natürlich die Anzahl der Daten, die ich preisgebe, verringern kann, ist die Verwendung dieser Peer-to-Peer-Plattform, wie ich sie bereits schon erwähnt hatte, bei denen ja nur die Transaktionspartnern wissen, wer miteinander interagiert und nicht die einzelnen Plattformen selbst und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, aber hierfür zahle ich dann eben auch höhere Gebühren für diese Privatsphäre, aber auch hier der Hinweis von mir, diese Plattformen sind sehr interessant, aber aus meiner Sicht sind sie wesentlich umständlicher, sie sind unübersichtlicher und vor allem auch ist das Ganze eben für die breite Masse, also auch für Einsteiger, ist aus meiner Sicht eher weniger geeignet, deswegen werden die meisten eben diese zentralen Plattformen verwenden, aber man kann, wenn man sich ein bisschen mehr mit Bitcoin beschäftigt hat, sich gerne auch mal mit diesem Bereich beschäftigen, vor allem wenn man auf dieses Thema Datenschutz und Privatsphäre etwas mehr Wert legt, kann man sich gerne auch mal diese Plattform anschauen, auch hierfür haben wir schon einige Podcastfolgen und auch YouTube-Videos veröffentlicht. Kommen wir nun zum letzten und fünften Punkt, das waren jetzt natürlich sehr viele Informationen wieder und vor allem auch viele Optionen, zwischen denen ihr euch entscheiden müsst, doch ich habe in den letzten Jahren, in denen wir uns jetzt wirklich mit intensiven Bitcoin beschäftigen, auch tagtäglich ja, einiges gelernt und vor allem einen einzigen Punkt gelernt, die beste Möglichkeit über Bitcoin etwas zu lernen, ist einfach mal anzufangen. Schaut euch einfach aus meiner Sicht mal zwei, drei dieser Plattformen an, meldet euch an vor allem, kauft mal ein bisschen Bitcoin, ihr könnt ja wirklich mit einem kleinen Betrag anfangen, die Ringströhnung ist ja auch immer kostenlos, das heißt, ihr könnt euch das Ganze mal anschauen, fühlt ihr euch wohl damit, findet das Ganze übersichtlich, ist dieser Prozess für euch einleuchten, wie das Ganze funktioniert, dann natürlich auch die Frage, was wollt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel nur einen Sparplan anlegen wollt, einen regelmäßigen und direkt zum Beispiel auf euer Bitcoin-Wallet das Ganze transferieren, fallen natürlich einige Optionen hinten runter, weil das nicht alle anbieten oder wollt ihr doch eher aktiver handeln, dann sind natürlich eher andere Plattformen möglich und für alle diese Varianten gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze durchzuführen und aus meiner Sicht ist nämlich immer der erste Schritt bzw. der erste Kauf der schwerste, weil man sich dann viele Gedanken macht, wo fange ich an, wo kaufe ich das Ganze und am Ende soll es gar nicht darum gehen, dass man sich so viele Gedanken machen sollte, denn es ist ja wirklich auch keine Entscheidung fürs Leben, ihr könnt einfach jetzt auch mal anfangen mit ein paar Euro und wenn ihr dann sagt, ah das gefällt mir oder ich möchte mich verändern und ich habe jetzt doch ein bisschen mehr Geld bzw. ich möchte ein bisschen mehr auf meine Privatsphäre achten oder ich möchte zum Beispiel einfach einen Sparplan auf meine Hardwallet, wie beispielsweise eine Bitbox, das Ganze kaufen, dann gibt es auch verschiedene Varianten und ihr könnt jedes Mal wieder wechseln und das ist ja auch kein Problem. Wenn ich euch noch meine persönliche Empfehlung abgeben darf, dann würde ich mich für einen dieser Bitcoin-fokussierten Anbieter entscheiden, insbesondere wenn ihr euch und das ist für mich auch immer so die Empfehlung, das machen wir auch im Podcast, einfach einen automatisierten Sparplan anlegen möchtet, indem ihr zum Beispiel monatlich einen gewissen Betrag spart, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, einen diesen Anbieter zu nehmen, weil diese wirklich sehr schlank sind, da ist diese Einrichtung sehr, 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 sehr einfach gemacht und ihr müsst auch gar nicht an diese großen Plattformen ran, die wirklich am Anfang auch teilweise wirklich erschlagend sind, weil ihr da irgendwie größere Dinge machen könnt, ihr habt mehrere Kryptowährungen dabei und wenn ihr aber euch nur auf Bitcoin fokussieren möchtet und dann sind zum Beispiel solche Anbieter wie Pocket Bitcoin oder die 21 Bitcoin App wirklich sehr zu empfehlen und das Ganze dort auch sehr, sehr einfach umzusetzen. Und deshalb würde ich jetzt sagen, wenn ihr noch keine Bitcoin gekauft habt und die ganze Zeit gegrübelt habt, wo ihr denn welche kauft, würde ich einfach mal euch empfehlen, fangt einfach an und nehmt einen diesen Anbieter, die wir euch verlinkt haben und schaut euch mal vielleicht ein, zwei Videos dazu noch an und dann kauft eure ersten Bitcoin. Und jetzt hoffe ich, ich konnte euch mit diesen Tipps ein paar der größten Hürden für euren Bitcoin Kauf aus dem Weg schaffen und wenn ihr weitere Informationen zu diesen angesprochenen Themenpunkten benötigt, dann habe ich euch weitere Medien unten nochmal verlinkt und wenn ihr Freunde, Bekannte, Familie habt, die genau vor diesem Punkt jetzt auch stehen, zu sagen, okay, wo kaufe ich jetzt meine ersten Bitcoin, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze an diese weiterleitet und auch wir diesen Personen etwas helfen können. Ansonsten kann ich euch auch noch empfehlen, unsere Einstiegsreihe reinzuschauen. Da haben wir in 10 Episoden genau das erklärt, was Bitcoin ausmacht, eben die ganzen Eigenschaften, die ganzen Vorteile, warum Bitcoin interessant sein könnte und vor allem auch, wie man Bitcoin kauft und wie man die Aufbewahrung durchführt und insbesondere, worauf man da achten sollte. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer sehr darüber freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt und wenn ihr keine weitere Podcast-Episode und auch Video verpassen möchtet, dann abonniert gerne unseren Kanal. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart und wir hören bzw. sehen uns bald hoffentlich wieder zu einem weiteren Video oder einer Podcast-Episode. Bis dahin, ciao! Bis dann, ciao!